Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2342 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf keinen Fall. Damit kommst du nicht durch. Da bin ich anderer Meinung. Auf keinen Fall. Damit kommst du nicht durch. Da bin ich anderer Meinung. Auf keinen Fall. Damit kommst du nicht durch. Da bin ich anderer Meinung. Ich will mich nicht lange mit dir streiten, aber du bist schuld an diesem Desaster. Ich will mich nicht lange mit dir streiten, aber du bist schuld an diesem Desaster. Ich will mich nicht lange mit dir streiten, aber du bist schuld an diesem Desaster. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die wir diskutieren können? Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die wir diskutieren können? Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die wir diskutieren können? Ich suche ein neues Fahrzeug. Dieses Haus wurde letztes Jahr im Herzen der Stadt fertiggestellt. Es spielt keine Rolle, welches Programm ich sehe. Es ist immer langweilig. Besonders typisch für Halloween ist das Verkleiden und das Aufstellen und Bemalen von Kürbissen. Es kommt darauf an, was sinnvoll ist und was die Kundin wünscht. Es kommt darauf an, was sinnvoll ist und was die Kundin wünscht. Mein Auto braucht eine Wartung. Den Arbeitsumfang stimme ich mit der Werkstatt ab. Mein Auto braucht eine Wartung. Mein Auto braucht eine Wartung. Den Arbeitsumfang stimme ich mit der Werkstatt ab. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Kann mir jemand helfen? Kann mir jemand helfen? Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Mein Mann unterstützt mich gerne bei der Zubereitung der Mahlzeiten. Mein Mann unterstützt mich gerne bei der Zubereitung der Mahlzeiten. Unsere neue Nachbarin ist gerade am Haus vorbeigelaufen. Unsere neue Nachbarin ist gerade am Haus vorbeigelaufen. Hier am Waldrand haben wir einen schönen Platz für unsere Yogaübungen gefunden. Hier am Waldrand haben wir einen schönen Platz für unsere Yogaübungen gefunden. Beim Hindernislauf beweisen die Teilnehmer Willensstärke, Ausdauer, Mut und Kraft. Beim Hindernislauf beweisen die Teilnehmer Willensstärke, Ausdauer, Mut und Kraft. Das dürfte nicht passieren. Ich habe völlig unprofessionell reagiert und ihn angeschrien. Das dürfte nicht passieren. Ich habe völlig unprofessionell reagiert und ihn angeschrien. Das dürfte nicht passieren. Ich habe völlig unprofessionell reagiert und ihn angeschrien. Ich brauche Onlinehilfe. Ich brauche Onlinehilfe. Es wäre schön, wenn es dafür eine Taste auf der Tastatur gäbe. Wir haben noch genug Zeit, darüber zu diskutieren. Mein nächster Termin ist erst in 30 Minuten. Wir haben noch genug Zeit, darüber zu diskutieren. Mein nächster Termin ist erst in 30 Minuten. Verrate mich nicht. Das muss unser Geheimnis bleiben. Verrate mich nicht. Das muss unser Geheimnis bleiben. Verrate mich nicht. Das muss unser Geheimnis bleiben. Ich habe den Luftfilter getauscht und Motoröl nachgefüllt. Ich habe den Luftfilter getauscht und Motoröl nachgefüllt. Wo bleibst du? Du musst kräftiger in die Pedale treten. Wo bleibst du? Du musst kräftiger in die Pedale treten. Zwei runde Steine liegen übereinander, grünes Moos liegt um die Steine herum. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Du musst kräftiger in die Pedale treten. Du musst kräftiger in die Pedale treten. Du musst kräftiger in die Pedale treten. Vielen Dank.